Hi Leute, wenn ihr mich und diesen Kanal unterstützen wollt, geht doch gerne in Fortnite in den Itemshop und gebt unten bei Unterstütz1Creator den Creator Code MeinungenTV ein. Das würde nicht nur mich sehr unterstützen, sondern auch meine Arbeit finanzieren. Das heißt, ich kann mehr Zeit in Videos für euch stecken. Jetzt viel Spaß beim Video. Hi Leute von YouTube, was geht ab? Grüße von Twitch. Wir gehen mal wieder hier hin und versuchen uns direkt die geile Rage-Rot zu holen. Vielleicht klappt es ja irgendwann mal so wie geplant. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, runter da. Ich glaube, mir ist das nur so vor, als ist das am Anfang voll laut. Ich habe mich aber auch noch nicht ans neue Headset gewöhnt. Vielleicht liegt es einfach daran. Ich habe das Gefühl, ich spiele irgendwie lauter als sonst am Anfang. Spiele dann normal, aber am Anfang lauter. Okay, hier liegen Sachen. Hier liegt eine Waffe, sehr schön. Können wir direkt losballern. Wo geht der runter? Da. Oh, nö, 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 nö. Ey, ich war der erste Tote die Runde. Oh. Ey, ich glaube, das habe ich auch noch nie geschafft. Gibt es dafür einen Erfolg? Nein, der zweite. Es sind doch eigentlich immer 99 pro Runde in Fortnite, oder? Man sagt ja eigentlich nur 100. Oh Gott. Komm, du sagst es. Easy up, Lord. Du hast die Runde abgeschafft in den nächsten…